Das ist einfach kaputt! Dann ist das einfach funktional kaputt! Das ist einfach kaputt! Ja, dass dein Produkt, das du gekauft hast, ist plötzlich in seiner Funktionalität und seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt! Das ist nicht gedrossen! Das ist einfach kaputt! Also das sind einfach 7, Quatsch Promille! Das ist einfach kaputt! Wenn du rufst dein Auto, dann fährt normalerweise 50 km durch die Stadt. 50 kmh in der Stunde! Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 m in der Stunde. Dann ist das einfach funktional kaputt! Das ist einfach kaputt! Ja, technisch gesehen dreht er um runter noch und vielleicht bewegt er sich noch. Das ist einfach kaputt! Aber dafür brauche ich kein Auto, um 375 m in der Stunde zu überwinden! Das ist einfach funktional kaputt! Ich brauche keinen DS-Anschluss für 380 kmh! Das kann ich über Mobilfunk machen, und dann mit einer Morse-Taste! Das ist einfach kaputt! Digitale Querschnitt-Lehmung! Das ist einfach kaputt! 184 kmh kriegst du doch um wie über eine Stühle-Seckel drüber! Da brauchst du kein Glas für! Ja, das steht alle möglich im Dokument! Da stehen noch Worte drin wie Drossel! Das ist keine Drossel! Sondern wir machen den Anschluss einfach nur kaputt! Das ist einfach kaputt! Dann ist es einfach funktional kaputt! Das ist einfach kaputt! 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 Dann ist jetzt einfach funktional kaputt!